Eine Raumgeometrie-Pyramiden-Aufgabe. Zu Beginn geht es wieder darum, dass man einfach ein paar Werte bestimmt. Hier den Winkel Alpha, den nennt man auch den Winkel CAS. Das Problem ist hier, dass es nicht ein rechtwinkliges Dreieck ist, wenn man CAS hernimmt. Aber der Winkel ist ja auch in dem Dreieck MAS mit drin. Und das wiederum ist ein rechtwinkliges Dreieck, wo wir die Seite 6 haben und die Seite 10, also diese Höhe. Und da können wir dann quasi das Ganze mit den Gegenkatheten und Ankatheten aufstellen. Also der Tangens von dem Winkel ist Gegenkathete durch Ankathete, 10 durch 6. Und damit ist Alpha, wenn man das mit dem inversen Tangens auflöst, 49,04 Grad. Also hier als Gedächtnisstütze CAS. Auch wenn der Winkel CAS heißt, man kann ihn einfach auch MAS nennen. Und schon sind wir in einem rechtwinkligen Dreieck. Die zweite Strecke, die man braucht, ist AS. Und die sind laut Angabe 11,66 cm. Naja, das ist jetzt relativ einfach. Ich habe den Winkel hier und ich habe diese zwei Seiten hier. Also kann ich das zum Beispiel mit dem Kosinus machen. 6 zu AS. Ich hätte natürlich das Ganze auch mit dem Sinus machen können. 10 zu AS wird es dann heißen. Das Gute ist, dass wir jetzt hier mal wieder ein Beispiel haben, wo AS im Nenner ist. Aufpassen jetzt bei der Umformung. Zuerst muss ich AS nach links bringen, also aus dem Nenner raus multiplizieren auf beiden Seiten. Dann bleibt rechts 6 stehen. Und erst jetzt teile ich durch Kosinus 59,04 Grad. Bring quasi den Teil nach rechts rüber. Keinen Fehler bitte dabei machen. Und damit kommen wir auf AS gleich 11,66 cm. Was hier schon die ganze Zeit im Video zu sehen ist, ist diese Formelsammlung Seite 53. Es handelt sich ja hierbei um ein Drachenviereck. Deswegen immer mein Tipp zu Beginn einer Aufgabe, dieses Drachenviereck einfach vor sich hinlegen. Dass man die besonderen Eigenschaften eines solchen Vierecks dann gleich erkennt. Oder Formeln dann eben verwenden kann. Bei der Aufgabe 2,2 ist es wieder ein Punkt, der auf der Seite AS liegt. Nimm Punkt P. Wir sollen den für x gleich 2,5 einzeichnen. Also hier dran. Und dann sollen wir die Länge der Strecke P1c berechnen. P1c ist natürlich dann am geschicktesten, wenn wir diese Strecke einfach mal einzeichnen. Wir haben dann ein Dreieck hier, das nicht mehr rechtwinklig ist, aber wo wir fast alles haben. Diese Strecke hier ist ja 2,5. Die hier ist 14. Und wir haben den eingeschlossenen Winkel. Das heißt, wir wenden hier den Kosinussatz an. P1c² ist gleich die Seite zum Quadrat plus die Seite zum Quadrat. Minus 2 mal die Seite mal die Seite mal Cosinus und so weiter steht hier schon alles dran. Anschließend noch die Wurzel ziehen. Und ich habe P1c. Und dann sollen wir noch den Winkel P1cA berechnen. Also den Winkel hier dran. Wir bleiben einfach in dem Dreieck, denn wir haben mittlerweile alle drei Seiten und einen Winkel. Wir könnten es jetzt natürlich wieder über den Kosinussatz machen. Aber angenehmer finde ich es hier über den Sinussatz. Sinus von dem Winkel zu der Seite, die wir gerade berechnet haben, verhält sich wie Sinus von dem Winkel zu der Seite 2,5. Jetzt wird quasi mit 2,5 raus multipliziert nach links. Also das Sinus und das Ganze hier allein steht. Und dann wird der Inverse Sinus noch genommen und ich erhalte meinen Winkel. Das passt jetzt alles nicht hier unten hin, die Äquivalenz und Formen, aber eben nochmal mündlich. 2,5 aus dem Nenner raus multipliziert. Da steht hier mal 2,5. Von dem ganzen Term noch den Inversen Sinus und dann bin ich fertig. Eigentlich müsste ich beim Inversen Sinus ja noch überprüfen, ob 180 Grad minus diesem Winkel. Vielleicht auch ein Ergebnis sein könnte, aber hier ist eindeutig klar, dass das 9,57 Grad sein müssen. Okay, und dann schauen wir weiter zur Aufgabe 2,3. Die hört sich jetzt erstmal schnell kompliziert an, denn minimale Länge heißt ja eigentlich immer, ich muss eine quadratische Ergänzung machen oder Scheitelpunkt berechnen. Aber ihr seht ja an der Anzahl der Punkte, die es bei dieser Aufgabe gibt, das muss auch irgendwie schneller gehen. Es geht darum, man soll schauen, unter den Strecken P, also P wandert hier, gibt es irgendwann eine Strecke, die minimal ist. Überlegt euch mal, wenn jetzt hier dieser Punkt wandert, wann ist die Strecke minimal? Das ist eigentlich ganz klar, denn die wird immer kürzer, je näher es zu der Senkrechten kommt. Das heißt, wenn ich jetzt hier die Senkrechte einzeichne, ist das die kürzeste Strecke. Weiter unten wird es länger und weiter oben wird es auch länger. Und das ist fast immer so. Man nennt das ja auch nicht umsonst den Abstand, die kürzeste Verbindung von einem Punkt zu einer Geraden. Also wenn ich die minimale Länge hebe, ist das auch immer ein Signalwort für die Senkrechte. Und jetzt habe ich doch ein wunderbares rechtwinkliges Dreieck. Also diesen Punkt hier, den hat man gesucht und man soll jetzt die Streckenlänge AP2 berechnen. Aufpassen, auch wenn ich P2C, die minimale Streckenlänge habe, ich suche die Strecke AP2. Ich bin da ehrlich gesagt reingerasselt, als ich diese Lösung von der Aufgabe gemacht habe. Dafür sind wir in einem rechtwinkligen Dreieck mit der Ankathete gegeben oder die Ankathete, die hier gesucht ist, AP2 und die Hypotenuse mit 14, die wir eh schon gegeben haben. Die Strecke P2C ist hier nicht relevant. Mal 14 auf beiden Seiten und ich erhalte für AP2C die Strecke 7,2 cm. Bei der Aufgabe 2.4 geht es dann um das Dreieck ABS. Da haben wir natürlich noch nicht viel gegeben. Um den Flächeninhalt zu bestimmen, brauchen wir 0,5 mal AB mal diese Höhe hier. Anders können wir das nicht machen, weitere Winkel sind in dem Dreieck ja nicht gegeben. Als erstes würde ich also die Strecke AB berechnen. Was ich jetzt hier nicht sauber gezeichnet habe in meiner Zeichnung ist die Strecke BD. Denn hier haben wir laut Formelsammlung auf Seite 53 einen rechten Winkel. In einem Drachenviereck liegen die beiden Diagonalen aufeinander senkrecht. Das heißt, wir haben einen rechten Winkel hier und die Strecke hier, die ist 6 cm, weil die Strecke BD war 12 cm. Habe ich jetzt auch nicht eingezechnet, aber das habt ihr vielleicht am Anfang gemacht. Also habe ich hier 6 cm und hier. Also kann ich über den Pythagoras die Strecke AB berechnen. Nämlich 6² plus 6² und da dann die Wurzel davon. Etwas schwieriger wird diese Höhe hier dran. Wir wissen ja nicht, ob die jetzt genau auf der Mitte verläuft. Aber sie läuft tatsächlich auf der Mitte. Denn hier ist der Punkt M, dann geht es hier 6 cm weit und hier 6 cm weit. Das heißt, diese Strecke AS und BS, die müssen gleich lang sein. Das liegt eben daran, dass beide Punkte von diesem Punkt M bei gleich weit entfernt sind. Und damit wissen wir, dass das ein gleichschenkliges Dreieck ist und damit wissen wir, dass die Höhe hier exakt in die Mitte trifft. Und wenn wir uns jetzt ein rechtwinkliges Dreieck vorstellen, wo diese Höhe drin ist, dann ist es doch dieses hier. Die Hälfte der Strecke AB, dann senkrecht hoch und die AS ist quasi auch noch eine Seite. Das heißt doch, dass wir hier wieder einen Pythagoras anwenden können. AS ist die Hypotenuse, AB halbe, 0,5 AB ist die eine Kathete und diese gesuchte Höhe ist die andere Kathete. Heißt, wir bringen das hier nach links, setzen die Werte ein und dann haben wir unsere Höhe AB. Das ging jetzt alles etwas schnell. Vielleicht spult ihr es nochmal kurz zurück oder ihr drückt kurz auf Pause und versucht es nachzuvollziehen. Ich zeichne einfach nochmal dieses Dreieck nach. Das hier, das ist das rechtwinklige Dreieck, das wir hier uns vorstellen müssen. Und dann haben wir die Höhe AB und können das Ganze in die Formel einsetzen, die wir hier oben schon gehabt haben. Und schon sind wir beim Flächeninhalt von diesem Dreieck ABS. Das war es zu der Aufgabe.